Hallo, hier sind wir wieder, eure Auswanderer aus Siedel. Heute bin ich mal wieder am Manavgat und möchte eine Radruhe machen. Vorige Woche bin ich Richtung Mündung gefahren. Heute fahre ich mal die andere Richtung, wo wir sehen, ob der Radweg dort genauso schön ist. Natürlich möchte ich euch dabei wieder mitnehmen. Viel Spaß beim Zusehen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, jetzt kommt auch noch ein bisschen die Sonne raus Also ein kurzes Zwischenresümee In Deutschland bin ich auch schon viel Fahrrad gefahren Aber das hier ist wirklich eins meiner Highlights Man kann ja direkt bis nach Manavgat in die Innenstadt fahren Und unterwegs war das nie langweilig Das sind zahlreiche Geschäfte, Restaurants, Sehenswürdigkeiten Und immer wieder der atemberaubende Fluss Manavgat So, ich fahre jetzt weiter Also bleibt dran So, ich fahre jetzt noch ein bisschen die Sonne raus Und immer wieder der atemberaubende Fluss Manavgat Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt hatte ich mich ein bisschen verfahren, aber dank Navigationssystem habe ich den Manavgat wieder gefunden. Ihr seht, Internet ist heute wichtig. Wenn ihr einen Internetanschluss braucht, dann bucht den am besten über Check24 in der Videobeschreibung in diesem Video. Danke! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn euch die Videos gefallen haben, lasst ein Like oder ein Abo da. Ciao! Sagen eure Auswanderer aus Siede! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. now. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020